In diesem Video lernen Sie den Unterschied zwischen CISC und RISC Prozessoren kennen. Zuerst zu CISC. CISC ist die Abkürzung für Complex Instruction Set Computer. Bei einem Prozessor haben wir eine Verarbeitungseinheit und einen Befehlssatz. Bei CISC haben wir komplexe Befehlssätze. In den Anfängen der Computerentwicklung wollte man Computer schneller machen, indem man in die CPU immer komplexere Befehle einbaute. Diese einzelnen Befehle waren jedoch langsam. Man bemerkte jedoch rasch, dass nicht alle Befehle gebraucht wurden. Hier sehen wir, wie ein komplexer Befehl verarbeitet wird. Bei RISC läuft es ein bisschen anders. RISC ist die Abkürzung für Reduced Instruction Set Computer. So nahm man diejenigen Befehle, welche oft vorkommen und optimierte diese. Man hat die komplexen Befehlssätze verkleinert und optimiert. Diese gehen nun relativ rasch durch die Verarbeitung. Wird dann ein komplexer Befehl dennoch benötigt, kann dies aus den bestehenden einzelnen Befehlen zusammengebaut werden. Hier noch die Zusammenfassung. Befehlsen Befehlens